Yo Leute, hallo, es kommt wieder zu Star Wars Battlefront Summit 20! Endor! Ja, wir müssen drei Punkte übernehmen und wir spielen Droidenalarm. In, auf Endor, in, auf Endor, keine Ahnung, auf in, äh... In Endor, auf Endor, mit Endor, von Endor. Ja. Die anderen haben Rebellenvorteil, also Endorvorteil. Nö. Also wenn wir jetzt verlieren, weil Endor, ne? Weil Endor, ne? Weil wir sind ja einfach nur so Skill... Alter, ich werde davon weggeballert. Alles klar, Vika... Weil der Planet kämpft ja für die Rebellen. Das ist weltweit bekannt, ne? Äh, der WN2K da, der ist echt gut, weil er mit DM440 spielt. Ist nicht Skill, ja. Das... Okay, wir gehen zu zäh, Alter. Wollte ich sagen. Uhuhuhuhu. Da ist aber Lucky. Im letzten Moment gesaved. Oh, jetzt muss ich noch einen Kopfschuss machen. Oh. Oh! Da hat er, da wollte jemanden Rebellen. Oh, 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 oh. WN2K. Ja, mit seiner DL44 ist er wohl so... Na ja, komm. Granate. Ja meine. Rüde, genau. Ach, da ist er noch. Der Imperator wird zufrieden sein. Ah, klappt doch stehen. Mensch. Ich will doch nichts Böses. Oh, 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 B1K mit Ambrust. Ich bin schön über die Ambrust rübergesprungen, aber DL44. Nein. Schöner Kampf, den hast du. Oh, voll hinten. Ich habe ihn geholt, aber jetzt kam einer von hinten. Ja, ich habe es gesehen. Mit der Boba Fett-Waffe, Alter. Wir sollten langsam was übernehmen. Ja, B-Punkt. Von hinten kommt einer. Flix auch. Errobert Droiden zurück. Sofort. Ja, Leute, das ist schnelles Game, ist das? Organeid. Was? Alles klar. Nein, Alter, ich bin so schlecht, ne? Ich bin so schlecht momentan, Alter. Ich muss mich umgewinnen zu COD. Übernahme einleiten. Übernehmen wir es schon. Wie wird okay, Alter. Nehmen wir mit seinem Personalschild, Alter. Das ist voll der Mongo. Vielleicht passt die Kinder, Alter. Seid vorsichtig, sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Wir haben einen Droiden erweite. Entschuldigung. Gute Arbeit. Ich komme jetzt zu zählen. Ja, der ist wieder hier. Oh Mann! DL 44. Ja, weil ein Spaß die ist, Alter. Ich habe noch einen Flug erwischt, wenn wir uns nicht tot gelassen. Oh, wieder von der anderen Seite. Oh, der kam jetzt auf. Den 44 ist so missgebotenmäßig, ne? Alter, 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 Alter. Aua, 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 Gnate. Was? Aua, äh, äh. Rückkehrbonus, richtig schöner Schuss. Wenn ich nicht auf die Karte schaue, Alter. Jetzt wieder Aufnahmefluch dabei. Obwohl ein Bell von echt gut ist. Oh, shit! Okay, ich nehme auch den RT 97C. Vielleicht geht es damit einfach echt besser. Und ich hole mir jetzt nicht mehr B-Punkt. Fick dich B-Punkt. Oh, ja, ich habe noch geschafft, Alter. Den A-Punkt zu holen. Aber bin tot. Deck A für dich. Damit es durchgeht. Und übernimm den B-Punkt wieder. Alter. Ich erwarte, dass jetzt gleich wieder D-N-40 kommen. Ja, D-N-44. B1K. Oh! Oh, E-3, Alter. Das ist boba fett Waffe, man. Yo! Alter, ich habe sogar mein Schild angehabt. Und er hat mich trotzdem mit der Waffe getötet. Alles klar. Ihr verliert noch mehr, Alter. Oh, ich spring genau hinter meinen Plaudereien. Mann, Alter, wie Pech, ey. Okay. Neu. Gehindert. Jupp. Oh, wir sind wieder nur Freunde, Alter. Come on, do it! Do it! Do it! Oh no! Oh, ne 4-8. Nice, Alter. Oh, geil, ne 1-8. Geil! Wird ich sagen, Leute. Und warum? Endor. Gänz, genau. Ja, wir haben's Kalt haben mit seiner DL-44 und Schild. Der kommt, der spielt DL-44, Schild, Armbrust und Jetpack. Mehr Spastik kann man nicht sein, Alter. Ja, so ist es, Leute. Das ist einfach scheiße. Wir sagen, wir sehen uns das nächste Mal zu einem Mal von Star Wars Battlefront oder irgendwas anderes. Und ich sage dann, bis dann und ciao. Ja. Hallo. Ja, Leute, ich komme hier zu Star Wars Battlefront mit Sven. Ja. Ich will wieder Troiden-Alarm. Wir merken, dass wir gehen zu B, also gehen wir zu B. Ja, weil wenn ich das sage, dann machen wir das so. Oder Hoth, wie ihr es wollt. Auf in wegen Aufgrund. Wir versuchen einen Troiden zu überwägen, haltet sie auf! Aufgrund Hoth. Wenn wir gewinnen, wenn die Operieren gewinnen, weil Hoth dann. Oder Hoth, wie ihr es auch nennen wollt. Und tot, da kommt eine Armee aus fünf Leuten rein. Ja, mich hat einer geholt mit der E3, Alter. Wo er fett macht, wenn man. Man hat trotzdem fünf. Ja. Geh mal A-Punkt. A-Punkt? Okay, alles. Ja, ja. Oh, schaffst du. Oh, das sind die Gegner auch, die Gegner sind schon überall. Das ist noch einer mehr, Alter. Aber wir haben A-Punkt. Ach, da kommt einer. Tot. E3, Alter. Oh, da kommt so alle, Alter. Durch den Tunnel, Alter. Ah, WK, der mit einer D-Fin, 40, Alter. Wir sind nicht für Spastiel, Alter. Richtige. P-Würfel vom Feinsten, ey. Ja, die muss, die muss gebalanced werden, finde ich. Das ist einfach nicht mehr fair, so. Balanced? Balanced werden, weil das ist Bullshit, so. Aber eigentlich brauchst du nichts anderes mehr spielen, sobald du die hast. Aber Armbrust auch, Alter. Ganz ehrlich. Die Armbrust ist auch ziemlich krass. Lebst du eigentlich noch? Nein, ich bin gerade verreckt. Okay. W1K. Ich habe A versucht zu nehmen. Habe es auch bis zur Hälfte geschafft. Jetzt haben wir gleich verloren. Jo. Ich nehme mal, Alter, Alter, Alter. Jetzt lauf schon, du Wichse. Oh, ich muss da. Lass, Junge. Oh. Dank, 26 erreicht. Was? Alles explodiert, oh mein Gott. Und ich bin tot. So, jetzt holt es sich wahrscheinlich gleich wieder A und B und dann ist wieder vorbei. Ah, ne, B haben wir gut. B sieht gut aus. Ah, haben sie jetzt auch wieder, aber wir haben B. B. Müsst schon mal anfangen. B. 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 B, B. Wir haben einen Ruiden erbeutet. Gute Arbeit. Warum muss man hier immer auch so schneeblind sein? Ich finde das auch richtig mies. Wenn du hier innen bist, du siehst nach außen einfach nichts. Ja, das ist aber eigentlich realistisch, Alter. Ja, aber es ist so mega krass. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, diese. Oh, jetzt hat er mich weggeholt. Das ist ja. Was ist die Scheiße? Das W1K, Alter. Muss ich sie sehen. Wir übernehmen die Kontrolle über den letzten Troiden. Boah, jetzt kommt noch einer. Alter, wir haben es kalt. Da kommt von der Zeitung und rennt wieder weg. Der killt einen und rennt weg. Und setzt sein Schild an. Immer. Immer das Ding. So ein richtiger Opfer. So ein richtiger Opfer. Was ist das überhaupt? Das ist deutsch. Sie übernehmen einen Droiden. Wir müssen sie aufhalten. So ein richtiges Opfer. Jetzt, Alter. Das ist einfach ein Schütz, Alter. Höchst. Ich konnte mich nicht lang da unten alles halten, obwohl die dann eine Mega-Armee haben. Aber jetzt verkacken wir alles. Nella. Muss er so gesehen. Ey. Alter, was geht diesen Petrus, Alter? Ganz ehrlich. Er hüpft die ganze Zeit rum und ich treffe mich nicht, Alter. Richtig schlecht. Alter, jetzt häng ich fest, Alter. Geil. Yes, ich hab's geschafft. Oh, schnell anderen Droiden übernehmen. Schnell zu B gehen. Oh. Nein. Schnell. Sieben Sekunden. Er hegt deinen Arsch. Stell ich im Weg, Mann. Ja. Ja, tüliiich. Er läuft einfach vorzweck. Das ist richtig scheiße. Aber ist echt scheiße. Drei, sechs, zwei, sieben. Was haben wir für Kackteam? Weil es da will, die zu sieben mit zweiter. Das ist W1-Kart, der hat einfach eine zwölf, what? Oh, das ist schlimm. Das W1-Kart, der hat einfach eine zwölf, null. Ich bin auch ein Level aufgestiegen, so ist die scheiße. Richtig dumm. Und wo ich nichts gerissen habe. Wege Auszeichnung. Man macht's nicht viele Punkte in dem Modus, Alter. Ah, ich hab wohl die Kopfschüsse geschafft. Find ich gut. Muss ich nicht mehr mit den schweren Blastor spielen, Alter. Durchreiß ich jetzt noch was. So behindert. Ich glaube, wir lassen einfach weiterlaufen, weil die Runde war ziemlich kurz. Ja, ja, wir machen hier gleich ein Rematch, würde ich auch sagen, weil W1-Kart, der muss einfach mal jetzt einen auf die Fresse bekommen. Wir hauen jetzt hier einen Krat raus, Alter. Echt? Oh, krass. Ja, krass. Bis dann. Yo, Leute, da sind wir wieder. Auf, äh, Taku. Aua, 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 tot. Yo, Alter, ich wollte einfach raus. Sie überrennen uns einfach schon wieder. Das sind einfach... Ohne Witz. W1-K, Alter. DL-40 in dein scheiß Knie. In dein scheiß Knie, Alter. Das ist in den Kinnig-Effekt zu sehen. Aha, ich übernehme EE. Ich übernehme. Ich suche es damit nix. Ich bin tot. EE3. Ey, wie schnell die Leute einen immer töten können. Aber die Waffe ist richtig behindert. Das ist Boa-Fett-Waffe eigentlich. Der schwere Blaster. Nein, der schwere Blaster ist richtig behindert. Achso, R-C90T? Ja. Das ist nicht so schlecht. Oh, sonst mal. Boah, DL-40 von der Etage drüber. Boa. Boa. DL-44. Ich hab' geholt. Oh. Nein, Alter. Nehmt die letzten Droiden nicht auf. Ja, was hab' ich noch hier gerade? Mit 2, 5? Okay, aber ich bin schon wieder Team-Bester. Okay, wir versuchen jetzt mal hier C zu halten. Das kann doch nicht sein. Ach, okay, ist das 100er, ja. Richtig geist. Sie übernehmen den letzten Droiden. Haltet sie auf. Rebell geortet. Oh, jo. Ah, nix. Ich bin da auch mal der EE3, Alter. Ich hab' ein bisschen so etwas geschafft. Start. Du musst mir mal helfen, C zu decken. Wusstet ihr, da hin? Nur noch ein Grund, wir wissen unsere Anstrengungen verdoppeln. Ich bin gestorben. Das ist nicht so gut zu decken. Alter, leckt das hier. Mann, war das ein Leck. Geh rein, du mach's. Was macht das schon jemand? Hat das schon jemand gemacht? Achso, achso, das hab ich nicht gesehen. Da bin ich nicht rein. Weil ich hab nämlich extra den Astrack rein, damit ihr das safe seid. Oh, ich bin so schlecht, Alter, grad gewesen, ne? WK 1K kommt wieder mit dem 47, Alter. Jetzt haben die den hier schon wieder. Oh, ich hab W1K getötet. Jetzt bin ich tot. Oh, jetzt kommt schon in Verdi-Geschütz von der Seite, Alter. Oh mein Gott, ich bin positiv. Was ist hier los? Weiß nicht, Alter. Einfach lockern. Alter. Wir erobern die Droiden zurück. Koste es, was es wolle. Ja, oh, shit, ich hab mega verkackt gerade. Ja, und es hat gerade das Ehen wieder von alleine einfach abgebrochen, total random. Deswegen haben wir jetzt verloren, wahrscheinlich. Ja, Petrus, ne? Der killt mich aber mega schnell, Alter. Ja, und fliehen wieder, Alter. Das ist richtig hart, Mann. Ja, und weißt du warum? Ich hab eh gedrückt, der Balken war fast voll. Und dann hat er einfach aufgehört und hat wieder von vorne aufgeladen. Dann wurde ich erschossen. So, oh, ich hab eh gedrückt wie sonst was, weißt du? Und Whoop hört auf und fängt wieder von vorne an, weil der Druid sich bewegt hat. Geil, Leute, Alter. Wie lange geht die Folge? Zwei Minuten? Fickzeug. Warum spielen wir denn das Spiel eigentlich noch? DL44 und die Runde ist gelaufen. Ich sag einfach so. Weißt du, was der Witz ist? In der 120-Euro-Edition hatte man die DL44 als erste Waffe freigeschaltet. Ja, das ist geil, ne? Nehm doch wieder meinen anderen schweren Blaster. Weichkind. Jetzt kommt wieder ein Schnitt, Alter. Ich schwör. Nee, kannst ja nicht. Das Ende ging dir die Runde. Also, bis dann! Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.